Die Präsidenten von Deutschland, Frankreich und Armenien haben sich mit dem EU-Ratschef getroffen. In Bergerabach soll schnellstmöglich Frieden herrschen. Bundeskanzler Olaf Scholz hofft auf den Start eines Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien. Man unterstütze EU-Ratspräsident Charles Michel dabei, schnell Gespräche zwischen beiden Ländern zu organisieren, sagte Scholz, SPD, am Donnerstag am Rande des Europagipfels in der südspanischen Stadt Granada. Ziel sei, vielleicht noch in diesem Jahr einen dauerhaften Friedensprozess zu etablieren, der auch Vereinbarungen zu einem Ausschluss von militärischer Gewalt und der Besetzung von Land enthalte. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Michel soll das Treffen bis Ende Oktober in Brüssel organisiert werden. Ursprünglich war geplant gewesen, den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und Armeniens Regierungschef Nicole Pashinyan bereits in Granada an einen Tisch zu bringen. Aliyev verweigerte sich dem aber, nach Angaben der aserbaidschanischen Nachrichtenagentur APA wegen der anti-aserbaidschanischen Stimmung der übrigen Gipfelteilnehmer. Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, Michel und Pashinyan trafen sich deswegen alleine am Rande des Europagipfels. Aliyev steht in der Kritik, weil er Ende September Bergerabach erobern ließ. Gut 100.000 Einwohner der mehrheitlich armenischstämmigen Bevölkerung sind seither ins Mutterland geflohen. In einer gemeinsamen Erklärung von Scholz, Macron, Pashinyan und Michel hieß es am Donnerstagabend, die Flüchtlinge müssten die Freiheit haben, ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat und ihre Häuser auszuüben. Dies müsse bedingungslos und unter internationaler Überwachung sein. Die vier Spitzenpolitiker waren sich demnach zudem einig, dass Armenien angesichts des Zustroms von Karabach-Armeniern zusätzliche humanitäre Hilfe geleistet werden müsse. Die EU hatte bereits kurz zuvor angekündigt, die humanitäre Hilfe für die Leidtragenden des Konflikts um die Kaukasusregion Bergerabach zu verdoppeln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Donnerstag an, dass der bisherige Betrag von 5,2 Millionen Euro auf 10,4 Millionen Euro aufgestockt werde. Außerdem sollen 15 Millionen Euro Soforthilfe in den armenischen Haushalt fließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017